Medienschau. Die Meldungen des Morgens. 8 Uhr. Es ist Freitag, der 17. Februar 2023. Migrationskrise. Handyauslesung von Asylbewerbern nur in Sonderfällen erlaubt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge darf nur in Sonderfällen digitale Datenträger von Asylbewerbern wie Handys auswerten. Das habe das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, berichtet die Junge Freiheit. Geklagt hatte demnach eine afghanische Staatsangehörige, die 2019 in Deutschland einreiste. Bei ihrer Einreise hatte die Klägerin eine Heiratsurkunde und ein afghanisches Ausweisdokument ohne biometrische Daten vorgelegt. Da sie jedoch keinen gültigen Pass vorweisen konnte, forderte das Bundesamt die Asylbewerberin zur Herausgabe ihres Mobiltelefons auf. Nach kurzfristiger Auslesung und Datenspeicherung erhielt sie das Mobiltelefon zurück. Das Gericht habe festgestellt, dass dies eine rechtswidrige und unverhältnismäßige Aktion gewesen sei. Wokeness-Ideologie Verfassungsänderung in Hamburg geplant In der Präambel der Hamburgischen Landesverfassung soll es künftig heißen, der Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus sowie jede andere Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sei das Ziel der Stadt, so berichtet die Junge Freiheit. Hamburg, so solle es weiterheißen, stelle sich der Erneuerung und Verbreitung totalitärer Ideologien sowie der Verherrlichung und Verklärung des Nationalsozialismus entgegen. Corona-Behandlungszwang Brasilien führt faktische Pflicht zur sogenannten Impfung ein. Wie Reitschuster berichtet, führt der neu gewählte brasilianische Präsident eine faktische Pflicht zur Behandlung mit sogenannten Corona-Impfstoffen ein. Künftig würde demnach das brasilianische Äquivalent des Kindergeldes nur noch ausgezahlt, wenn die Kinder die Schule besuchten und mit den gewünschten Arzneimitteln behandelt seien. Andernfalls verlören die Eltern den Anspruch. Bereits für den Zeitraum der Schwangerschaft sei die Teilnahme der Mutter an allen vorgegebenen Untersuchungen Vorbedingung für den Erhalt der staatlichen Leistungen. Angebliche UFO-Sichtungen US-Präsident Biden widerruft Alarmmeldungen Wie eine Vielzahl von Medien übereinstimmend berichtet, habe US-Präsident Biden eingeräumt, dass es sich bei den zuletzt von Medien gemeldeten Sichtungen unbekannter Flugobjekte höchstwahrscheinlich um private Forschungsgeräte handele. Von den ersten Ballons abgesehen, seien sie auch nicht, wie zuerst behauptet, chinesische Spionagegeräte gewesen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA habe sich zuvor ähnlich geäußert. Die Hauptnachrichten des Staatsfeindsehens berichteten gestern über den Beginn eines sogenannten Flüchtlingsgipfels der Bundesregierung. Erdbebenfolgen in der Türkei, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur automatisierten Datenanalyse durch die Polizei, ein Urteil des Bundesgerichts zum Lohnanspruch von Frauen gegenüber Männern, einen mutmaßlichen Hackerangriff auf deutschen Flughäfen, den Beginn des Straßenkarnevals, die Entlassung eines Ballettdirektors und den Auftakt der Berlinale. Keine der Meldungen dieser Medienschau fand in den Staatsnachrichten Erwähnung. Das war die Medienschau. Die Redaktion hatte Paul Brandenburg. Sprecher war Johanna Ehrlich.